Kienzler Holzwaren ist der Spezialist für individuell gefertigte Holzartikel. Den Schwerpunkt bilden die typischen Holzwürfel und Quader in den verschiedensten Größen und Ausführungen. Ob kantig, gefasst, gerundet oder in Form von Spielwürfeln, Kienzler hat sie alle. Ob naturbelassen, geölt, klar oder deckend lackiert, der Clou ist Ihre persönliche Note mit Logo, Schriftzug oder Bild. Durch Branding sowie Tampon oder Digitaldruck wird Ihr Würfel persönlich und ist ein außergewöhnliches Marketinginstrument. Kienzler Holzwaren. Qualität aus dem Schwarzwald.